Ich weiß, weil vorne ist das Ding mega gepanzert. Boah, Alter, ich hab gleich keine Schuttgarmonie mehr. Ich muss mal einmal ganz kurz... Okay, der ist hinter mir her, kann ich jetzt vergessen, oder? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, nein! Lenkt ihn mal auf dich eben ganz kurz, ganz schnell. Ja, äh, will nicht. Was tun wir denn da, Leute, zu beschwissen? Ich hab dem, ich hab jetzt den Granaten-Mod, ne bessere, die halt auch richtig Schaden macht. Boah, Alter! Der macht aber auch richtig Schaden. Und wir kriegen jetzt Gutes von dem. Drei Dollar. Und, 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 und. Oh, geil, Shotgun-Munition. Alter, ich weiß, das ist immer was Geiles. Gefühlt alles vorbei, da hat was war. Also ich hab fast meine ganze, mögliche Shotgun-Money weggehauen. Ich hab jetzt noch fünf, äh, im Lauf und 13 auf, mal auf Lager, auf Magazin, Alter. Pass auf, jetzt kommt noch so ein Ding, ey. Oh. Oh, mein Gott, voll, das ist doch überhaupt nicht übertrieben, wie viele das sind. Au, scheiße. Aber hier ist, meine Güte, nee, was ist das denn? Alter. Die Damage, das ist aber. Komm her, komm her. Okay, ich bin gleich tot. Oh, du auch. Auch, ne? Okay, da sind ja noch zwei. Hey, Dream, du bist tot. Nein, noch nicht. Wo ist das? Okay. Braue ich nicht. Noch nicht. Voll, wie es aussah, er hockt da, schießt noch mal, guck mal, dieses Riesenviech auf ihm zugeflogen. Oh, oh, wir haben da was geweckt, ne, aufgeblasenen Rack. Der soll sich mal nicht so aufblasen, der Typ. Hoch. Was fliegt er denn? Schießt immer drauf und auf einmal sind sie weg. Ja. Ja, es ist aber. Mit einem gezielten Messerstich habe ich das Viech einfach mal massakriert. Filetiert. Wie auch immer. Ich wollte jetzt coole Sachen sagen, die sich auch filetiert dran, aber irgendwie fällt mir nichts ein. Zumindest passt das nicht. Erzähl. Filetieren, manövrieren. Ja, okay, das könnte... Genau. Manövrieren. Ach, hier ist die alte. Oh. Die Stimme hört sich gut an. Was? Nehmen wir. Scheiße, du ziehst los. Du bist nicht von diesem Planeten. Du riechst Kohn. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Was machst du denn jetzt? Sie gucken mich so an. Du bist, glaube ich, nicht von diesem Planeten. Wie gar nicht, sie sagt, du bist nicht von dem Planeten. Du riechst komisch. Und da musste ich einfach an Gronkh und Tobinator denken mit Starbond. Tobi, riech mal. Gott. Ich glaube, ich habe die Folge nicht gesehen. Das erkläre ich dir irgendwann nochmal. Das ist cool. Okay, oder du schickst mir einfach die Folge. Richtig. Na gut, Folge, das sind einige Folgen. So, zurück zum Thema. Ich glaube, ich glaube nicht. Triff den verrückten Earl. Oh, shit. Wenn es, wenn er schon steht, den verrückten Earl. Nein, so, wir müssen ganz verrückten Earl unten hin. Verrückten Earl, ne? Alter. Wää, wää. Nein, äh. Ja, Spaß beiseite. Du bist Rex. Ich würde einfach... Oh, warte mal, was sehe ich denn da oben? Eine Waffenkiste. Was? Geradeaus durch, da oben. LUT! LUT! Schnell hin! Scheiß auf die Rex. Hoffentlich verrückst du. Komm schon, komm schon. Verdammt. Nee, wie komm ich denn hoch? Eine scheiß Adventure-Maps hier. Hehehe. Nein, 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 nein. Oh, das war klar. Ja. Und es ist drin... Simsalm. Nichts. Wie, nichts? Nichts, das ist nichts drin. Die ist komplett leer. Außer das, was ich dir durchgelassen habe. Es kommt, es kommt Rifle. Ähm. Wo? Ja. Alter, die hat er getrunken. Ja, geil. Der ist ein G-Monitor. Ja, die habe ich dir gelassen. Au. 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 Alter, jetzt... Hey, Typ. Was ist mit dir? Weiß ich nicht. Irgendwie, äh... Ich sollte vielleicht nicht aufnehmen, wenn du gerade von Arbeit kommst. Das kann ich nicht. Warum kannst du nicht? Ich habe Migräne. Komm, ich halte dich noch. War zu spät. Okay, ich halte einfach direkt E. Mann, da hat noch eigentlich ganz, ganz wenig gefehlt. Ja, Gebühr 4400. Oh, treibt man die Lage? Ah, 5100. Schöne Sonne. Nee, 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 nee. Schnäppchen. Vor allem, vielen Dank, dass du das bist. Oh, Fok. Oh, was bringt er denn da hin? Mann, ich will gucken, was das für Waffen waren. Ich habe die einfach nur eingesammelt. Ist jetzt mal Ruhe hier. Geh, mach, weg hier. Alter. Voll am Ausrasten. Bäh. Alter, wie viele von den Kackfiechern kommen denn da noch an? Das ist eine Pest, Alter. So, was haben wir denn hier noch so schönes? Halt dich ganz rechts. Da hinten sind schon wieder Rex. Guck, guck, Granate. Okay, die hier. Oh, mein Gott. So. Oh, Leben. Ähm, erforderlich, das ist eine Solderhand. Was? Hm, weiß auch nicht. Du bist doch Soldat, oder? Ich bin Soldat, ja. Wohl. Das sind wir frei beruflich. Was? Ein Surf will laufen, gerade in die Sackgasse rein. Was hast du denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Hm? Herr damit. Ich muss mal kurz... Ähm, wie vergleichen wir noch mal mit E, ne? Ja. E vergleichen. So, was war denn? Ich hab da mal eben... Hm. Nichts Wildes, fuck, hoff ich. Steffermögenskill. Hm. Was hattest du? Viel mehr, Steffermögens. Nein, ich hatte nur so Billumaschinengewehre, die waren nix. Nee, weil du sagtest für Soldat. Das Ding, was da lag, was du aufgehoben hast, das ist für Klasse-Soldat gewesen. Echt so? Ja. So, mach weiter. Okay, wir müssen da ganz runter. Gott. Soll ich dich lotsen? Och, ja, du möchtest. Vor dieses Motorengeräusch. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das ist doch so klar. Lex! Mein Gott. Nein, nein. Wumut, welchen? Nein, nein. Alter, dieses Geräusch, wenn ich die Viecher überfahre, ist es... Ihhh. Nein, nein. Sau, Stein. Vor allem dieses total stumpf Umkippen einfach um sich jetzt lang. Nee, rechts. Ich weiß gar nicht, was du meinst, ich steig mal lieber aus hier. Was ist mit dir los? Du bist so schwer verwundet. Das ist mein Stehvermögen, weißt du? Achso. Warte kurz. Oh, nee, das ist nur... Ich dachte, das... Oh, mein Gott. Räuber-Buddy in Level 21. Also. Das lass ich mir jetzt nicht gefallen. Oh, der hat deine Mutter beleidigt. Das lass ich mir nicht gefallen. Toll. Ich ziehe ihm dann... Bolter. Hier, nimm das. Mein Gott, wie oft lädt der denn nach? Werde ernsthaft? Ich treff den. Also, ich hab den zwar im Scope. Aber ich zieh ihm einfach null ab. Ja gut, deine Waffen sind, glaub ich, ziemlich ungenau. Ja. Wir hatten, glaub ich, letztes Mal auch. Ähm... Das... Wir sind ja hier richtig. Ich will mal hin. Och, das gibt es auch nicht. Schrotz, auch die Entfernung, wo ich gar nicht versuche. Warte. Ich nehme wieder die andere. Ähm... Alter, gib mir mal ein Rifle. Ach. Wisse, die ist viel besser, die Waffe hier. Nein, ich habe nicht mehr. Die ist viel genauer. Was haben wir denn da? Vielleicht nicht mehr. Und außerdem macht die Säure Schaden. Das ist auch noch ganz cool. Okay. Boah, das gibt es nicht, ey. Ich ziehe auf den Kopf und es passiert einfach nichts. Oh. Oh. Hört sich an wie so eine alte Eisenbahn. So ein bisschen, ne? Och, lad doch schneller, ne? Das Ding hier. Ich bin auch voll der gute Pro-Sniper. Ich stehe einfach mitten auf dem Feld. Nimm das. Ernsthaft. So, ich gehe mal ein bisschen weiter vor. Oh. Ich glaube, der hat gesessen. Oh ja. Also, wenn die Schüsse sitzen von der Waffe, dann... Dann geht das aber. Aber wie gesagt, das macht... Ähm... Mega viel Säure-Schaden, glaube ich. Ich glaube, das sagt das zu breit. Uah. Hilfe. 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 Ist weg. Mami. Oh, warte mal. Links. Links von uns. Direkt. Noch mehr von links? Ich komme mir nicht weg. Einer. Okay. Boah, sehr nett für einer. Voll der Punk, ey. Knallhalle. Knallhalle heräuber, Isi. Ja. Ich schaue mir das Geschehen mal an. Knallhalle. Okay, nachladen. Bei der anderen auf den Ergeschoss musst du ja los. Och, das gibt es doch nicht. Kritischer Schaden. Ja, toll. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Och, ey. Der geht nach rechts. Ich gehe auch nach rechts. Was mag ich? Ey, geht nach links hinter den. Ich sehe nicht, Sury. Nee. Nee, 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 nee. Okay, was Besseres. In der Tat. Okay, kannst du haben. Warte, ich habe da noch was. Scheiß, drei Schuss wegen. Nein, nicht Freunde einladen. Das war falsch. Ich muss da an Support Maschinen geben. Vergleichen mit. Vergleichen mit. Vergleichen mit.